Herzlich willkommen zurück. In diesem Video werden wir nun zum ersten Mal tatsächlich die Steigung einer Tangente berechnen. Dafür solltest du bereits wissen, wie man die Steigung einer Sekante berechnen kann und du solltest bereits wissen, wie man Geradengleichungen aufstellen kann, wenn man gewisse Informationen bereits kennt. Die Ziele für dieses Video sind, dass du die Steigung der Tangente an eine Parabel in einem Punkt berechnen kannst und dass du dann die Tangentengleichung aufstellen kannst. Schauen wir uns folgende Aufgabenstellung an. Welche Steigung hat der Graph der Funktion f mit f von x ist x² an der Stelle x0 gleich 1? Zuallererst wollen wir nun die Steigung der Sekante durch die Punkte a und b ermitteln, wobei a die Koordinaten 1 und f von 1 hat und b die Koordinaten 1 plus h und f von 1 plus h. Hier ist das Ganze grafisch dargestellt und als allererstes werden wir uns jetzt noch gemeinsam überlegen, wie wir nun diesen Ausdruck hier so in eine Form bringen, sodass wir wirklich damit arbeiten können. Das bedeutet, wir müssen zunächst einmal herausfinden, was bedeuten die beiden Ausdrücke hier. Also wir wissen schon, das ist ein Differenzenquotient, aber was bedeutet das hier konkret? Schauen wir uns das Ganze in der Grafik an. Dann stellen wir fest, dieses f von 1 plus h minus f von 1 wäre grafisch ja genau die Differenz der beiden Funktionswerte. Also wir erkennen, das ist 1 plus h in Klammer zum Quadrat minus 1. Und h ist ganz einfach nach wie vor die Differenz der beiden x-Werte hier. Das bedeutet, wir können loslegen und das hier anschreiben als 1 plus h zum Quadrat minus 1 gebrochen durch h. So, und nun der erste Arbeitsauftrag, vereinfache diesen Ausdruck so weit wie möglich. Nehmen wir dafür ein paar Minuten Zeit, posiere inzwischen das Video und wir vergleichen dann die Ergebnisse. Also gut, als allererste stellen wir fest, wir haben hier 1 plus h in Klammer zum Quadrat. Das heißt, Achtung beim Ausquadrieren, wir erhalten hier 1 plus 2 h plus h Quadrat und dann nach wie vor minus 1. Und dann stellen wir fest, wir haben hier 1 minus 1, das bedeutet, die fallen weg. Als nächstes stellen wir fest, wir haben hier in allen Ausdrücken h drinnen. Das bedeutet, wir können h im Zähler herausheben und dann können wir noch kürzen. Das bedeutet, für die Sekantensteigung erhalten wir den schönen Ausdruck 2 plus h. Und als nächstes überlegen wir uns, was passiert, wenn h gegen 0 geht. Das bedeutet, wenn b gegen a rutscht. Liest ihr dafür diesen Text in Ruhe durch und fülle die Lücken. Pausiere inzwischen das Video und wir sprechen dann noch kurz darüber. Wir haben nun also die Bestätigung für das, was wir uns im vorigen Video bereits gedacht haben, und zwar, dass die Sekantensteigung für h gegen 0 hier gegen den Wert 2 geht. Und wichtig ist jetzt, ganz egal, wie sich der Punkt b entlang des Graphen auf den Punkt a hin bewegt, die Steigung der Sekanten strebt immer gegen dieselbe Zahl k. Wir schreiben dafür dann auch k ist gleich Limes für h gegen 0. Limes ist ein anderes Wort oder das Fachwort für Grenzwert. Und wir betrachten nun eben den Grenzwert dieses Differenzenquotienten für h gegen 0. In diesem konkreten Fall wäre das dann eben Limes für h gegen 0 von 2 plus h und das ist, wie wir bereits erkannt haben, ganz einfach 2. Diese Zahl k ist dann eben auch die gesuchte Steigung von f an der Stelle x0. Wenn du dich für Grenzwerte noch genauer interessierst, dann findest du am Arbeitsblatt Grenzwerte und auch am Arbeitsblatt Stetigkeit noch einige spannende Informationen. Wir kümmern uns jetzt noch um eine letzte Fragestellung und zwar, stelle eine Gleichung der Tangente im Punkt a auf. Nehmen wir dafür noch einmal ein paar Minuten Zeit, pausiere dazwischen das Video und dann diskutieren wir noch mögliche Lösungen. Es gibt hier im Grunde zwei gute Möglichkeiten, diese Aufgabenstellung zu bewältigen und wir werden nun beide noch kurz besprechen. Zunächst einmal ist wichtig, eine Tangente ist eine Gerade, das bedeutet, wir müssen eine Geradengleichung aufstellen. Wir wissen auch, dass a auf dieser Gerade liegt und wir kennen die Steigung der Gerade, denn die haben wir gerade vorhin berechnet und zwar diese Steigung ist 2. Das bedeutet, diese beiden Informationen haben wir und nun können wir loslegen. Die erste Möglichkeit, die wir haben, ist die übliche Geradengleichung y ist gleich k mal x plus d. Hier ist das Problem, dass uns d noch fehlt. Dieses Problem können wir lösen und zwar, wir wissen, dass die Koordinaten des Punktes a die Gleichung erfüllen müssen. Wir kennen auch die Steigung der Gerade, das bedeutet, wir können hier entsprechend einsetzen und dann d ermitteln und zwar d ist dann hier minus 1 und damit erhalten wir die Geradengleichung y ist gleich 2 mal x minus 1. Es gibt eine zweite Möglichkeit, die eine Spur schneller ist und zwar ist es möglich, auch auf diesem Weg eine Geradengleichung aufzustellen, wobei man hier eben nur die Koordinaten des Punktes, den man kennt und von dem man weiß, dass er auf der Gerade liegt, einsetzt. Also wenn man hier einfach einsetzt, dann erhält man ebenfalls eine Geradengleichung für diese Tangente und wenn du noch kurz Zeit hast, kannst du dir überlegen, wenn du diesen Ausdruck hier ausmultiplizierst, dann erhältst du genau diese Geradengleichung. Das bedeutet, offensichtlich sind diese Darstellungen äquivalent.